Oh Gott, nee. Alter, guck mal, jetzt hab ich deinen Schwanz gesehen. Oh Gott, ey. Hähnner ist das. So, tschüss raus. Ich bin auf den Slime gelandet. Warte, ich schieß dich ab, warte. Ja, ich hab dich getroffen. Hallo, Hallöchen und was geht ab? Willkommen hier zu einer neuen Runde von der Epic Jump App Ultimate Trolling zusammen mit dem Flash in LPs. Hallöchen. Hallo. So, erst mal die Hände auf die Schnatze hinten zu. Okay, jetzt springen wir den Jump hier noch eben einmal kurz. Das kann nicht so schwer sein. Ich hab dir was aufs Schild geschrieben. Auf was für ein Schild hier. Batterie ist fett. So, den Schalter hab ich ja hier schon rausgenommen. Boah, die Slimes sind aber richtig laut gerade bei mir hier. Ja, ich hab die gerade ein Stück leiser schon gestellt. So, irgendwie bin ich viel motivierter, fällt mir auf, wenn ich Musik nebenbei laufen hab. Ich weiß auch nicht. Na, bei mir ist sie jetzt gerade schon wieder ausgegangen, aber ist jetzt auch egal. Ich hab gerade Jimmy laufen so ein bisschen. Oh, leid. Oh, du zündest mich an. Entschuldigung. Entschuldigung, du bist leid. Schleppt doch nicht so doll. Ich mach mal lieber das hier mal eben kurz aus. Müssen wir denn jetzt hier überhaupt hin? So, okay. Ähm, wo wir hin müssen? Ähm, warte mal. Hier war irgendwo... Nee, warte, hier auf jeden Fall nicht rein, glaube ich. Warte, hier irgendwo war was mit diesem Key. Alter, jetzt sind die ja schon wieder hier, ne? Ich hasse diese Penner, ne? Ich könnte direkt ausrasten. Warte mal. Ach, da war ein Creeper. Warte, wo war das mit dem Key? Wo wir den Key hinballern sollen? Boah, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaub, das war hier... Ich auch nicht. Doch, das war hier unten, glaube ich. Alter, verpiss dich mal hier. So, raus aus deinem deutschen Land hier. Raus. Warte, wo? Da, genau. In dem Haus hier war das, oder? Keine Ahnung. Achso, ich weiß nicht mehr, wo das war. Nein. Oh, ey. Zum Glück bin ich hier draußen. Der Key hinpacken. Ach, genau. Ja, warte. Da. Zack. Ach, den haben wir schon? Ja, ich hab den gerade eben aus der Kiste geholt. Bad luck, Minecrafter. Need a key to open. One net building. It looks as if this building is under construction. You don't say. So, der hier oben rauf, würde ich sagen. Was? Trollsprünge? Trollsprünge. So geht das ja gar nicht an. Oh. Der ist irgendwie auch richtig der Penner, der Mechner, ne? Obwohl er uns nicht verstehen kann. You look like a Penner. Nein. Der sieht ja nicht aus wie ein Penner. Er ist ein Penner. You look like a Penner. Was heißt denn das? Wie, was heißt denn? Du siehst aus. Du bist ein Penner. You are a Penner, so. So. Der Bordell-Mensch ist wieder ein Penner, ey. Vor allem, dass man sich Bordell 40 nennen kann, ey. Yes, the ones with the troll faces are made to piss you off. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Ein Penner. Geil, die Piss. Auf direkt wieder, ja. Haben wir ja in der letzten Folge gemerkt, wie wir angepisset sein können. Ja, ja, ja. Komm. Meine Fresse. So. Mach. Oh, bin ich heute, sind wir heute mal wieder unfähig, René? Und jetzt einmal. Flash, Schlag, bam. Was? Fä. Warte. Oh, scheiße. Ich hab kein Schild mehr, schade. Alter, hörst du jetzt auf, überall. Gay. Fett und gay. Ja, René ist fett und gay. Ja, der ist beides einfach. Mann, jetzt komm, ich hab den Sprung nicht mehr. Ah, ist da. Ich hab noch drüber. Mann, Alter. Hörst du mal auf, wie du schlagst? Du Penner. Schlägt er mich, kloppt er mich einfach wieder direkt kaputt, ne? So. Scheiße, ich spring drüber. Wie hab ich das denn jetzt geschafft? Ich bin grad ernsthaft drüber gesprungen, René. Ey, dieser Sprung hier und dieses Flatschen im Hintergrund von diesen Slimes, ne? Das Flatschen, René. Das sind deine Artgenossen, ey. Ha, ha, ha. So, komm. Das kann doch nicht, Alter. Meine Maus geht mir auch schon wieder richtig auf den Sack heute, ey. Ich hasse, dass sind die irgendwie so, die. Manchmal, an manchen Tagen liegt die ja einfach so mega kacke. Und dann kann man da irgendwie nicht mit richtig spielen. Ich bin jetzt übrigens schon drüben, ne? Wie? So, ah, hier ist ein Schalter. Alter, ich schaff das nicht. Pulver Leather for Checkpoint. Hier ist ein Checkpoint übrigens. So, pass auf. Jetzt, jetzt, jetzt ist ja auf einmal irgendwas. Ich weiß auch nicht, wie es da hingekommen ist. Ach, hier sind Türen. Da geht es aber nicht raus. Du, hier, René. Hier ist auf einmal irgendwas. So Cheat-Material ist hier auf einmal wieder. Kommt das denn schon wieder? Blaze on the Building. Ich weiß auch nicht, wie das da hingekommen ist. Hey, hier kann... Hey, sind wir so dumm? Was denn? Guck mal hier. Du kannst da auf der Fensterbank... Du kannst da auf der Fensterbank... Boah. Ich weiß, da bin ich auch langgegangen. Ja. Hey, warte mal. Wie komme ich denn jetzt? Du kannst überall fast auf dieser scheiß Fensterbank langgehen. Achso. Hier ist wieder so ein... Scheiß doch. Das kann doch nicht sein, dass ich es jetzt schon wieder nicht hinkriege, oder? Man weiß es nicht. Oh, wieso springe ich denn da jetzt noch hin? Ne, irgendwie bin ich manchmal... Richtig so... Vergesslich, ne? Ich vergesse, dass man hier so außen rum gehen kann. Springe erst mal wieder da... Irgendwie anders hin. Mach hier voll den unnötigen Stuff. So, jetzt aber. So, zack und zack. So. Was? Willst du mich verarschen? Alter, ich hab das doch grad nicht geschafft. Oh, scheiße. Warte, ich hab's gar nicht. René, ich hab's. Ich bin nämlich schon hier ganz oben. Warte mal. Wo muss man denn weitergehen? Wo bist denn du jetzt eigentlich? Ich bin hier am Schillen. Du musst da rüber... Hier musst du... Du musst hier rüber springen. Ach du Scheiße. Jetzt hat's grad geleckt. Geleckt. So, jetzt TP ich mich. Jetzt reicht. TP Flashtun. Cheater. Ja, Hacker. So. Hier, René. Du bist wieder an der Wand. René ist wieder hier direkt ausgestellt. Ein Selbstporträt von René. So sieht er übrigens aus. Für alle, die das wissen wollten. Warum tropft denn hier Wasser von der Decke? Das ist ein bisschen undüchtig. Kommt, da kommt gleich ein großer Wasserfall. Der wird uns alle wegspülen. Ich weiß nicht, aber heute hab ich's voll drauf mit Jump'n'Run und so. Sitting on the toilet. Ah. Ich irgendwie schon wieder nicht so. Also das ist irgendwie wieder... Der Skill hat mich verlassen. Ja, der Skill hat mich einfach verlassen. Das liegt auch bei dir da dran. Weil du grad nicht aufnimmst irgendwie. Immer der, der aufnimmt, der kann's wieder nicht. Eigentlich meistens. Ich konnt's jetzt mal deswegen auch... Oh Gott, nee. Alter, guck mal. Jetzt hab ich seinen Schwanz gesehen. Oh Gott, ey. Jetzt wird bestimmt gleich wieder der eine in die Kommentare schreiben. Hör mal auf, so pervers zu reden. Oh, früchster Peer hat Schwanz gesagt. Oh, du hast deinen Spawnpoint nicht gesetzt. Oh, ich bin direkt erst mal runtergesprungen. Oh, ja. Okay, gut. Reicht dann auch wieder mit der Behinderung. It's a long draw. Nein. Oh. Facepalm. Richtige Facepalm. Und das Praktische an dem Kompressor ist ja, dass man nicht übersteuern kann, die man schon direkt am Mischpult hat. Die Audiospur ist immer in einem Pegel. Meistens, wenn der an ist. Das ist sehr praktisch, Leute. Das ist sehr praktisch. Das muss ich euch sagen. Was ist das denn hier? Blue birds fly. Oder so. Wie auch immer das geht. Patrick singt hier wieder. No, try to climb up this building to your... To find your way out. Read all the signs were important. Wahrscheinlich... Pinkie Pie, Pinkie Pie, Pinkie Pie, Pinkie Pie. So, alle Schilder gelesen. Hier, Lampe. An, aus. So. Was ist das denn hier? Ach so, Checkpoints oder was? Ah. Hallo? Aha. Ein Troll-Checkpoint. Ja, eine Gasträne. Wie viel hast du überhaupt? Ich hab... Ich hab sechs. Zwölf. Was? Okay, okay. Ja, 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 ja. Challenge Assekte. Assekte. Vor allem Assekte. Bäh. So. Sollen wir hier runter? Ich weiß nicht. Oder ist das... Pff. Ich schätze nicht, oder? Ich glaub... Pass auf, Zack. Ich glaube... Ähm... Nein. Ich glaube, das ist eher doch ein Checkpoint. Ein Schleckpoint ist das. So. Das hier ist ein Troll-Point. Warte, von hier kommen wir, oder? Nee. Ach, sch... Boah, sind wir dumm. Was ist das denn hier? Das ist doch kein Checkpoint. Labert der? Äh, das war Witz. You don't want to fall down here. Äh, but at least you have a Checkpoint. So. Ja, okay. Easy. Skill. Easy skill. So. Freaks IP is spawn point. To set. Freaks IP is spawn point. Nice. Oh, hier ist auch ein spawn point. Nice. A real checkpoint. In der Wirklichkeit spawnt man dann hier oben nicht mehr, oder so. Well, you, you won't climb up. Äh, you have to, äh, well, go down. Be careful not to die. Ach, du Scheiße. Das ist ja hier wieder ein Trollolol. And now you are a reward. Aua, du Penner. Ach, du Scheiße. Huh. Alter. Hier ist Leitern. Ach so. Zündet der mich erst mal wieder direkt an, ne? Merkt ihr es? Richtig, der Penner ist das. So, tschüss raus. What the fuck. Ich bin auf den Slime gelandet. Warte, ich hab überall schliegt. Ja, warte. Ja, ich hab dich getroffen. Nein. Oh. Lol. Na. Du Penner. Nein. Jetzt muss ich den Scheiß am Alben machen. Aber gut, YOLO. So doll war das jetzt auch nicht. Nein, nein, nein. Boah, ich wär fast verbrannt. Alter. So, komm. Zack. Und jetzt aber. Zack, zack, zack. So, hopp. So, jetzt komm ich da mal rein, du. So, raus mit dem... Nein. Ja. Trollolol. Komm, Mö, Mö. Wollte ich nochmal eben anmerken. Eine Rehwangs. Ich wette, du kommst... Alter, bei mir backt hier schon wieder alles rum. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie verschwindet, wenn ich hier rausgehe, verschwindet bei mir die Decke. Komm mal, hier unten. Ist bei dir auch die Decke weg? Nö. Bei mir verschwindet die ganze Zeit. Alter, ich schaff das. Irgendwie wird das heute, glaube ich, nichts mehr hier. Das kann doch nicht angehen. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wir haben noch ein paar Minuten. So ist ja nicht, wir sind ja erst bei elf oder so. Komm. Ja, ich springe erst drüber, dann springe ich direkt rein. Hä, sind wir eigentlich dumm? Warte. Ich wette, das geht. Wenn man nicht so dumm wäre wie ich. So. Scheiße. Mann. Boah, was ist denn heute wieder los, ey? Oh, Junge. So, jetzt aber. Was ist das? Bist du gerade? Oh, du Penner. Kommst du jetzt auch erst mal wieder runter? So. Du machst das jetzt auch noch mal. Du Penner, Alter. Du bist so ein Richard-Wichser manchmal. Weißt du das eigentlich? Ich guck das an. Das bist du gerade. Und schießt dich einfach runter, ey. Du. Kanalrakete, ey. Kanalrakete. Ja. The next level is surprisingly easy. Even you will find it nice, fun and easy. Was? Witzig. Yeah. Warte. Gasträne. René? Ich hab ne Gasträne übrigens. Ja, hab ich gemerkt. Warte, hier steht ein Schild. Warte, lesen. A cake just in... Hallo, ich will lesen. A cake just... Just in a case you don't... We cause yourself as a fat lady and didn't eat all the delicious cake. Du bist die Fette. Warning, warning. The next level contains high calories. So you might die. Sit here if you are too young to die. Okay, komm wir chillen uns jetzt hier einfach hin. 24-7. So, die nächsten Folgen gibt's dann hier beim Chillen. Was ist das? Tuchen. Was stand da auf dem Schild? Das hab ich nicht gelesen. Oder war da überhaupt ein Schild? You are not allowed to eat the level. Wir sind aber fett. Wir wollen essen. Wir kriegen hier die ganze Zeit nichts in meinen Poffen. und deswegen brauchen wir erstmal wieder ein bisschen was zu essen. Ich hab ja nicht irgendwie 64... 64 Rohstfleine... Schweinefleisch. Das ist noch zu wenig. Wir brauchen ein wenig mehr. So, komm. Jetzt aber. Komm, René. Das schaffen wir jetzt aber. So. Level durch. And you... You are now covered in white ice cream. Bazinga. Bazinga. No checkpoints. Sorry. But it was totally out of bed. Warte. Not bad or whatever. Hey, Trololol. Ist der Metmacher wieder witzig. Wir kriegen keine Checkpoints heute. Hier, jetzt haben wir auch immer meine Checkpoints hier setzen können, ne? Aber nein, da denkt der René ja wieder mal nicht dran. Wie viele Checkpoints sind denn hier? Go this way. Ja, nicht, dass wir... Nein! Nicht, dass wir so landen wie du, ne? Da unten irgendwo am chillen. Werde hier die 1-Million Slimes hier wieder am Start? Ja, Alter. Loll, hier sind Enderperlen. Okay, was sollen wir damit denn machen? Aber, ähm, ich würde mal sagen, Take Enderperl and aim to the next Balcon. Ähm, aber ich würde mal sagen, Diese, äh, Dingsda-Boomster, Diese Action-Maction werden wir in der nächsten Part sehen. Den gibt es mal wieder bei den Flash-Tune-LPs auf dem Kanal. Also da auch auf den Subscribe-Button ballern, damit ihr, ähm, das nicht verpasst. Mit der Trollface im Hintergrund. Und dann würde ich sagen, Das war's dann hier mit dieser Runde von der Epic Jump Map. Haut rein, wenn's euch gefallen hat, gerne eine positive Bewertung da lassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Tschüss! 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 Tschüss!